Es ist nicht wie die Schweizer so, dass die Schweizer ein Flüchtling sind, die du zwar liebst und leider bedroht sind, von uns da, und die liebt mir aus, auch deren Familie, und die gehört dann auch nicht. Und die schulden, die schulden, auch für alle die Zeiten, unbeschriften, dass man das macht, das ist nicht, dass man da ein Problem hat, das ist nicht das zu spät. Und die anderen sind nicht als Flüchtling. Und die schulden, wenn sie alle von mir stecken, dann ist es nicht so, dass man nur was ist, dass alle zum Lüten oder Innegal kommen, und die strömen. Und wenn man sagt, das sind alle Flüchtlinge, muss man ja alle umsehen. In Flüchtlinge haben wir ja auch noch was in der Brache zu benutzen. Es kommen alle Gründer, der, die wirtschaftlichen Gründen kommen, der, die, die die Gründe sind, dann sind die, die die Berichte sind, der, die 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 Zutaten unterbringen, die Güne, die Rutsche, alles Gründe zu haben, der, die keine Arten für die, die wir bekommen, auch noch ein Moment, und sagt, das sind Flüchtlinge. Flüchtlinge, das sind Flüchtlinge, das sind Flüchtlinge, das sind Flüchtlinge oder ein illegales Einwanderer. Das ist Nummer eins, einmal wissen wir, was ist ein Flüchtling, der echte Flüchtlinge. Und ich pass an, mit Romain habe ich den ersten Buchern ausgemacht als zugesucht. Er sagt, wieso können wir denen so viel, wenn man so so wenig echte Flüchtlinge. Dann ist der Chef des Migrationsamts, der zum Gerbenkeitser, das ist natürlich auch ein Wörterformer, ungesinnt, aber nicht von mir, und ich darf den Vordergrund in dem Departament von der Wirtschaft noch ein Kredit. Wenn ich bin, bin ich der Präsident von der Zweifelstelle, und er muss den Flüchtlinge anschauen. Der ist so, der Chef, die und Herr, der sagt, warum hängen die nicht? Der Nächste sagt, ja, über 5% hängt ja kein Papier. Ich denke, warum hängt kein Papier? Wenn wir rühren, oder wir stecken, oder wir machen das hier dann? Wörter, wie hängt der Zeit vor sein, und so ein Bier, zu dem Papier vorliegen. Kann ich sein, welcher war? Ja, jetzt, wenn er kein Papier, kann er lang bringen, wenn er nicht zeigt, wenn er eins kann, oder immer wieder, wenn er was kann, dann muss ich sagen. Also bitte. Vielen Dank.